Hallo liebe Pen&Paper Freunde und die, die es natürlich noch werden wollen. Ja, erstmal willkommen auf dem Kanal und ich möchte heute ein bisschen mit euch darüber sprechen, über die allgemeine Charakterschaffung in Pen&Paper Games. Denn, naja, kommen wir mal zu, bis zu den Beispielen, als habt ihr als Spielleiter schon mal gehabt, das Problem, dass ihr das Gefühl hattet, die Spieler fühlen sich nicht wohl oder, ja, ihr gebt einem Spielern einen One-Shot-Charakter, der hat gerade neu angefangen und er nutzt das Potenzial einfach nicht, weil er, naja, er weiß nicht, wie er damit umzugehen hat. Und, ja, oder als Spieler, ihr fangt ein Spiel neu an, ihr kommt in eine neue Welt, ihr kennt die Welt überhaupt nicht. Ihr wisst nur, es ist eine Fantasy-Welt oder es ist eine Zukunftswelt oder eine Space-Welt oder wie auch immer. Und, was macht ihr da überhaupt? Was soll ich spielen? Wie, ja, mein Meister gibt mir da einen Charakter vor die Nase, ähm, ich weiß gar nicht, was ich damit soll, ne? Und, ja, das sind halt so die, die Fragen, die man sich stellt und das größte Problem, was ich immer sehe, ist, dass, naja, meistens, manchmal ist es so, dass man seinen eigenen Charakter nicht hat und ganz viele neue Spieler oder auch Spielleiter natürlich damit ein Problem haben, dass die Leute sich dann einfach nicht wohlfühlen, wie sie sollen. Ja, ähm, dann, das ist halt so gesehen, warum wir hier sind. Ich möchte gerne mit meiner Erfahrung ein bisschen mit euch drüber reden, ähm, was man so in, mit Charakteren machen kann, was man, worauf man achten soll, dass man wirklich sagt, der Spieler soll das spielen, was er möchte und nicht irgendwas vorgefertigtes. Nicht, dass es, es gibt Spieler, die mögen sowas, die sind aber wenig. Vor allem, wenn du was neu anfängst, möchtest du gerne, naja, du möchtest mit deiner Interpretation, wie du das siehst, wie das Spiel siehst, wie du deinen Charakter siehst, das Spiel zeigen. Deswegen, ja, wie, deswegen sind wir hier und ich werde euch einiges, äh, naja, wir werden nur über ein bisschen was reden. Ja, das ist eine allgemeine Interpretation, beziehungsweise, ähm, ein Vorschlag meinerseits, das ist keine Anleitung, weil jeder Spielleiter spielt, wie er will und, äh, ich möchte auch keinen da reinpumpen oder sagen, meine Version ist besser. Ich möchte nur eine Empfehlung aussprechen für neue Spieler, für neue Spielleiter oder auch natürlich für erfahrene Spiele und Spielleiter. Weil, vielleicht möchtet ihr auch mal Spielleiter sein, später. Ja, und deswegen, ja, ist das doch vielleicht eine schöne Idee. Noch eine Person, noch ein bisschen was zu meiner Person. Also, ich spiele selber Rollenspiel seit über 20 Jahren, ähm, habe nach zwei Jahren als Spieler, äh, angefangen auch Spiele zu leiten. Ich selber kenne mich im Universum von Shadowrun aus, von Vampire, äh, Cthulhu habe ich gespielt, wie ich habe das Star Trek Rollenspiel gespielt, also ich habe ein paar Rollenspiele durchgehabt, auch ein paar eigene, von Freunden. Und, ähm, ja, ich habe zum Beispiel auch in Shadowrun angefangen. Mein allererster Charakter war eine Elfe, die mir, naja, ich sag mal, zu Händen gebaut wurde. Aber, das war meine Idee. Ich wollte, ne, ich wollte eine magische Elfe spielen. Ich habe dort, wer es kennt vielleicht, an Record of Lotus War gedacht. Dort die sogenannte, äh, Didolito. Und ich wollte eine magische Elfe spielen, die halt, naja, was auf dem Kasten hat. Und das wurde mir von meinem damaligen Meister gebaut. Und daran habe ich mich wohl gefühlt und dadurch hat mir das auch richtig Spaß gemacht, denn ich wusste selber, was ich da spiele, in welcher Welt ich spiele. Das wurde mir erklärt. Und, ja, so kommt man halt dazu. Gut, und, ja, jetzt kommen wir dann zu den Putz-Zusammenfassungen, äh, was wir machen. Und das seht ihr dann jetzt auf der rechten Seite. So, kommen wir dann erstmal zu der, also allgemeine Tabelle. Wir werden anfangen mit Spielleiter-Tipps, weil ich immer noch finde, dass viele, also es gibt Spielleiter, die habe ich auch ein paar von kennengelernt, die halt nicht darauf achten, dass der Spieler Spaß an seinem Charakter hat, weil, gut, viele spielen One-Shots, deswegen, ne. Gehen wir drauf ein, dann möchte ich auf die Spieler eingehen. Was kann der Spieler vorbereiten, was kann der Spieler selber schon machen, was sollte der Spieler erwarten oder selber auch dem Meister sagen, äh, oder dem Spielleiter sagen, was er spielen möchte. Wir kommen zu der allgemeinen Charaktererschaffung. Das beziehe ich, wie gesagt, nicht auf irgendein spezielles Rollenspiel, sondern das möchte ich verallgemeinern. Ähm, dann wird es, ähm, naja, Charakterbeispiele geben. Hier möchte ich, äh, das aber dann in extra Videos machen. Also der Punkt 4 werden dann extra Videos, die dann unten verlinkt, also unten in der Info verlinkt werden. Unter anderem hat dann, äh, ein Freund für den, mit dem ich das ja auch zusammen mache. Der hat auch schon für Cthulhu eine Anleitung gemacht, wie man einen Cthulhu-Charakter herstellt. Ich würde das dann für Shadowrun ein kleines Beispiel machen oder auch für Vampire zum Beispiel. Und, ja, und dann zum Ende das Schlusswort. Und, ja, da gehen wir jetzt dann hin. So, kommen wir zu Punkt 1, zu den Spielleitern. Also nochmal vorweg, ich möchte keinem Spielleiter hier irgendwie sagen, was er zu tun hat oder was nicht. Hier geht es mir einfach nur darum, dass man, dass der Spielleiter mit den Spielern, naja, auf allen Nennern kommen. Vor allem, was die Charakterschaffung betrifft. Denn, das, was in dem Spiel das Wichtigste eigentlich ist, ist der Charakter. Denn, der Spieler soll den Charakter erstens mögen, zweitens, äh, mit ihm umgehen können. Was natürlich davon voraussetzt, dass er ungefähr weiß, was er da überhaupt spielt. Äh, dann in welcher Welt er spielt. Und, naja, allgemein, er soll halt Spaß dran haben. Er soll vor allem darum kämpfen, dass der Charakter nicht stirbt. Wenn das natürlich das Rollenspiel hergibt, ne. Und das ist natürlich die andere Sache. Ja, allgemein, äh, zur Charakterschaffung kann ich nur sagen, Spielleiter, gut, dem Spieler gut und kommt auf, 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 kommt auf seinen Charakter. Also, fragt ihn, was möchte er spielen. Natürlich braucht der Spieler erstmal ein bisschen Anleitung, in welcher Welt spielen. Wir spielen wir in einer Fantasy-Welt wie in DSA, dass man dann vergleichen kann, äh, mit, mit, zum Beispiel Herr der Ringe oder, äh, äh, auch Dungeon-Dragons natürlich, äh, was dann auch mehr in die Fantasy-Bereiche geht, was man halt, dann mit, am besten mit Filmtiteln oder so, was immer als Beispiel nimmt. Spielen wir, spielt man Shadowrun in der Cyber-Welt, in der Zukunft, wo man, vielleicht zum Beispiel Cyberpunk nimmt, das Spiel, was sehr aktuell, äh, jetzt momentan aktuell ist, und, ähm, andere Leute dann auch wissen, worum es geht. Äh, spielt hier Vampire, spielt er in Old Ages, wo er dann im Mittelalter spielt, oder, ähm, spielt hier New Age, wo er dann in der Neuzeit spielt, also jetzt spielt, ne, wo man dann natürlich alles hat, ne, so gesehen, dass man immer so ein bisschen Beispiel gibt, oder vielleicht auch Filme, ne, man kann auch beim Shadowrun zum Beispiel sagen, äh, wenn du Charakter spielen willst, möchtest du eine Art Terminator spielen, also ein Roboter oder einen verseiberten Mann, möchtest du einen Vollmagier spielen in Richtung Merlin, oder halt, möchtest du jemanden haben, der wie so einen Monk mit Zauberkräften noch, äh, oder allgemein, äh, sich selber pusht, um dann irgendwas zu können, wie Sachen sehr gut werfen, oder, ähm, 20 Meter zu springen, oder ähnliches. Wie gesagt, gibt immer den Spielern ein Beispiel, was sie werden möchten, weil dann ist es für euch als Spielleiter auch einfacher, mit diesen Spielern einen Charakter herzustellen. Ähm, ähm, ihr solltet natürlich als Spielleiter dabei sein, äh, und, äh, also das ist immer das Allerbeste, natürlich nehmt euch die Stunde oder die halbe Stunde Zeit, kommt darauf an, wie gut ihr in Charakterschaffung bin, ihr seid, äh, ich selber habe schon, ich behaupte jetzt mal meine 500 bis 1000 Charakterbögen gebaut, weil ich einfach sehr, sehr gerne Charaktere baue, und ich versuche immer, das ist, äh, meine Sache so, ich, ich nehme aus Filmen, oder aus Animes, oder aus irgendwas, wo es herkommt, den Charakter, und baue ihn um, in das Rollenspiel, wenn es möglich ist, natürlich, ne, also mal so nah wie möglich an den Regeln ranzukommen. Das ist das gleiche bei, bei Spielern, wenn, wenn ich als Spieler hinkomme und sage, ich möchte jetzt aus, was weiß ich, äh, nehme den Terminator, ich möchte einen Terminator spielen, ich, oder, ich möchte, äh, ja, nehme den Terminator, ich möchte jetzt einen Charakter spielen, das heißt, dieser Spieler möchte einen Charakter haben, der möglichst nah an einem Roboter dran ist, ne, da kann man mit dem bauen, und auch sehr, also selbst am Anfang kann, kann man es gut hinbekommen, wie gesagt, ich habe Übungen drinne, dass man auch fast den ganzen Körper so eine Maschine macht. Es hat natürlich immer seine Nachteile, ne, aber, ist ja egal, es geht ja darum, dass man dem Spieler so nah wie möglich kommt, und, oder ich möchte, äh, ihr spielt jetzt DSA, oder ihr spielt, ja, DSA, schwarzes Auge, ne, Fantasy-Welt, ich möchte einen Bogenschützen spielen, der genauso gut schießen kann, wie Legolas, das wird der Spieler am Anfang natürlich nicht erreichen, aber, der Spieler kann sich zumindest, man kann den Charakter so bauen, dass er sich auf Bogenschießen, so beispielsweise spezialisiert, ähm, das geht natürlich auch in Shadowrun und auch in anderen Spiel, kommt dem Spieler so nah wie möglich, lasst euch von dem Spieler vielleicht wirklich ein gutes Beispiel nehmen, woran hat er gedacht, wenn er diesen Charakter spielen möchte, ähm, möchte er einen betrunkenen Spielen, der, äh, der, äh, Marshall-Arts kann, ähm, 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 diesen Drunken-Style-Kampf zum Beispiel, ähm, oder alles andere, was dazu kommt, und, ja, umso näher ihr an den Charakter dran kommt, desto mehr fühlt sich der Spieler wohl in diesem Charakter, und, naja, er überlegt auch, was könnte dieser Charakter machen, und spielt dann dementsprechend auch so, und er verhält sich auch so, umso näher er dran ist, deswegen, ja, versucht so nah wie möglich dran zu kommen, wie gesagt, zeigt dem Spieler mit Beispielen, in welcher Welt ihr spielt, ne, und wenn es Filme sind, im Bestfall, ne, DSA kannst du sehr gut mit Herr der Ringe vergleichen, finde meine Meinung, ne, oder halt andere Fantasie-Welten, Hobbit oder ähnliches auch, ähm, ähm, oder World of Warcraft, ne, wenn man es das Spiel dann nehmen möchte, man kann es ja auch mit Games vergleichen, ähm, ja, und, ein kleiner Zusatz noch, am Ende, schaut doch, dass ihr den Spielern, vor allem am Anfang, wenn ihr die ihren ersten Charakter machen, schenkt ihnen irgendwas, ganz ehrlich, ich meine, äh, also Shadowrun zum Beispiel hat das System, dass man als erst, als Startcharakter, dass man erst sein erster Charakter, kriegt mehr Punkte zum Aufbauen, also, dem kommt man entgegen, lasst den Spielern mal was zu, lasst den, gibt denen eine Waffe, die ihr vielleicht nicht haben könnte, weil er eine schöne Story dahinter hat, ähm, irgendwas, schenkt ihm was, das erfreut den Spieler und, naja, für den ersten Charakter gibt es so ein bisschen anreizig, mehr Mühe zu geben, ja, das waren so die, nur die kleinen Spieler, äh, Spieler der Tipps, kommen wir zu den Spielern, ihr seid Spieler, also, ne, euer Freund hat euch gefragt, hey, sag mal, hast du keine Lust, äh, hast du Lust, hast du Lust, nicht, äh, bei uns im Rollenspiel mitzumachen, wir spielen, Herr der Ringe und, äh, du bist doch auch so ein Herr der Ringe-Fan, möchtest du nicht mitspielen, so, und du denkst hier, euer Cool, die Herr der Ringe, ne, ich wollte schon immer mal der Zwerg sein, oder Legolas, äh, der Elf, oder sonst irgendeiner aus dem, äh, äh, Film, und, du gehst dorthin, das heißt, du hast schon die Informationen, die du brauchst, du weißt, in welcher Welt ihr spielt, weil Herr der Ringe, es ist die Welt der Herr der Ringe, du weißt schon mal, was es dort für Rassen gibt, ne, also Elfen, Zwerge, Menschen, ne, und dann noch ganz viele mehr, und, ja, dann weißt du gegebenenfalls auch schon, was du spielen willst, andersrum ist es jetzt so, du, den Freund fragt dich, ja, äh, wir spielen Rollenspiel, wer, ich glaub, das ist auch was für dich, möchtest du nicht mitspielen, so, und, ja, du hast noch nie Rollenspiel gespielt, das heißt, du weißt nicht, was Pell and Paper ist, und lass es dir erklären, natürlich, es wird dir kurz erklärt, und, dann sagst du, ja, gut, so, mach es einfach, erstens, versuch den Spielleiter kennenzulernen, ne, das ist immer das Allerwichtigste, weil, das Verhältnis zwischen Spielleiter und Spieler muss stimmen, weil sonst kannst du kein Rollenspiel, also kein Pen Paper mit den Leuten spielen, das funktioniert nicht, ich mein, deswegen probier man es aus, wenn du deinen ersten Charakter machst, erkundige dich erstmal, in welcher Welt spielt ihr, das ist einer der wichtigsten, also es gibt diese vier wichtigen Gründe, erstens, in welcher Welt spielt ihr, zweitens, welche Rassen spielt ihr, ne, also, drittens, was möchtest du spielen, beziehungsweise, ja, was möchtest du einfach spielen, oder, was möchtest du in dieser Welt erreichen, und, ist das überhaupt ein Genere, das ist auch ganz wichtig, Punkt 3, erkundigt euch wirklich nach dem Spiel, ne, Google ist euer bester Freund, ne, wenn du in Google Shadowrun eingibst, wunderbar, das kann ich schon mal gemacht, da kriegst du genug Informationen, ähm, dann eine Sache, schaut, dass hier mit dem Spiel, Punkt 4, versucht mit dem Spielleiter einen Extratermin zu finden, oder, was viele Spielleiter manchmal machen, dass man sich einen Abend trifft, und nur die Charaktere macht, und dann vielleicht sogar mit, mit einer Einleitung, dass man zusammenspielt, und dann so gesehen, das Kennenlernen im Spiel, mit den anderen Spielern macht, gibt es ganz oft, ähm, ansonsten, wenn ihr den Spielleiter vielleicht sogar kennt, oder der Spielleiter derjenige ist, der euch gefragt hat, greift euch mit ihm, arbeitet an einem Charakter, holt euch die Informationen, die ihr von einem Rollenspiel braucht, äh, von einem Pen & Paper braucht, und, ein anderer Tipp noch, wenn ihr zum Beispiel eine fremde Gruppe spielt, also so eine Art One-Shot spielt, ähm, es gibt sogenannte Schnellstartregeln, das könnt ihr auch so bei Google eingeben, Shadowrun Schnellstartregeln zum Beispiel, da gibt es dann natürlich für verschiedene Versionen, ihr müsst euch natürlich beim Spielleiter erkundigen, was spielt ihr denn überhaupt, ja, also spielt ihr jetzt zum Beispiel, ich nehme, ich nehme mal Shadowrun, weil das halt so viele, äh, Facetten hat, spielt ihr in Shadowrun-Regelwerk 3, 4, 5, 6, 6, kommt jetzt, und, ähm, ja, danach könnt ihr euch dann die Regeln raussuchen, ihr müsst immer dran denken als Spieler, ihr wollt den Spaß haben, ja, ihr möchtet ja mit eurem Charakter, auch Spaß am Spiel haben, ja, und wenn das nicht gegeben ist, dann, äh, braucht ihr gar nicht sagen, anfangen, Panel Paper zu spielen, ja, und das, ja, der Charakter soll euch wichtig sein, ihr sollt den Charakter ja auch behandeln, so, dass er nicht stirbt, logischerweise, deswegen macht ihn selbst, findet euren, findet das, was ihr spielen möchtet, und selbst wenn es dann nicht gelingt, könnt ihr ja immer noch einen neuen machen, aber, für den Anfang, damit ihr euren Spaß auch habt, und damit ihr euch weniger, um euren Charakter kümmern müsst, weil, sonst, ihr müsst ja alle Regeln immer durchgehen, von eurem Charakter, äh, könnt ihr euch mehr auf das, die Welt konzentrieren, auf das Spielen, ähm, und das ist so, eigentlich sehr wichtig für die Spieler, so, kommen wir nun zu der Charaktererschaffung, ne, ihr habt euch jetzt verabredet, mit eurem Spielleiter, ihr habt gesagt, okay, ich komme zu dir, lasst uns heute Abend, Samstag haben, oder was weiß ich, treffen, bevor wir Sonntag spielen, ich möchte mit dir den Charakter fertig machen, ich habe eine Idee, so, dann, jetzt sitzt ihr da, und, ja, jetzt kommen natürlich die Fragen auf, erste Frage, was spielt ihr überhaupt, ne, ihr seid in einer Welt, ihr habt euch vorher erkundigt, ihr, wir sind heute in der Fantasy Welt, und wir nehmen wie das Beispiel mit dem Elfen, und, du sagst, zum Spiel hatte, ich möchte einen, elflichen Bogenschützen spielen, Waldelfen spielen, als Bogenschützen, der sich auch darauf spezialisiert hat, zum Beispiel, ne, weil man sich vorstellt, okay, ich möchte was in Richtung Legolas machen, den Elfen, den Elfen, der aus Helleringe, wer es ist immer noch nicht weiß, googeln hilft, ne, dann, zweiter Punkt, habt ihr eine Story, ne, ihr müsst nicht unbedingt Legolas selbst spielen, aber, vielleicht denkt ihr euch als Spieler, noch eine, habt ihr euch als Spieler eine Story ausgedacht, hilft dem Spielleiter meistens sehr gut, weil, erstens, er versteht euren Charakter besser, und zweitens, er weiß in welche Richtung ihr möchtet, ne, also das Beispiel, ich möchte Legolas spielen, ist ja schon mal okay, aber, ähm, ihr habt dann, ne, wenn ihr eine eigene Story hat, dann liest er sich die einmal durch, es muss keine große sein, es kann eine halbe Seite sein, es kann eine ganze Seite sein, also, ich zum Beispiel habe für, äh, Shadowrun einen Charakter gebaut, der den Alien-Stil hat, und ich habe eine Seite lang geschrieben, warum dieser Charakter, ein Cyberschwanz hat, einen, einen Sporn im Mund hat, warum sie so komisch läuft, und, naja, wie auch immer, ich habe halt alles beschrieben, und theoretisch liest man das durch, und man kann eigentlich schon, nach diesem Blatt, kann man diesen Charakter schon erschaffen, man muss schon nicht mehr so viel mehr tun, dann, äh, dritter Punkt, bleibt eurem Ziel treu, ihr könnt einen Charakter erschaffen, der zum Beispiel in Alleskönner ist, ne, natürlich, ihr könnt einen schönen Ronder machen, keine Ahnung, macht den Shadowrunner nur John Rick, zum Beispiel, jemand, der einfach, ne, mit allem sehr gut umgehen kann, was natürlich nicht immer funktioniert, aber es eher denn alles kann er, der kann lieber eher alles, als dass er, äh, ne, er kann alles ein bisschen, anstatt etwas speziell zu können, aber das ist, äh, auch gut, aber bleibt eurem Ziel treu, ne, also bleibt auch im Charakter, wie man so schön sagt, ja, dazu kommen noch, die, kommen noch ein kleiner Punkt, und das ist ganz, eigentlich, hätte ich das mit den Spielern noch dazu machen müssen, äh, das ist aber auch eine Regel, die im Ingame ist, natürlich, ihr dürft halt Ingame und Outgame natürlich nicht mischen, das heißt, was der Spieleleiter euch Outgame sagt, ne, wenn er jetzt sagt, oder wenn ihr mitbekommen, wie ein anderer Spieler, äh, eine Aktion durchführt, die ihr als Spieler nicht gesehen habt, Ingame, ne, also euer Charakter hat das nicht gesehen, dann dürft ihr das natürlich nicht ausspielen, so, aber das ist jetzt schon vorweggegriffen, das ist schon viel weiter, muss ich nochmal dazwischenwerfen, weil das wird sehr gerne vergessen, ähm, ja, dann, Punkt 4, der Charakter soll, eigentlich ist es die Aufgabe des Spielers, seinen Charakter selber zu machen, aber, redet mit dem Spielleiter und lasst euch von dem auf jeden Fall helfen, ne, der Spielleiter kennt die Regeln auswendig, ähm, ihr sagt ihm einfach, ja, ich möchte, dass der darin gut ist, ich möchte, dass er vielleicht sogar, diese Sache schlecht kann, ne, äh, ich möchte, dass er eine Phobie hat, oder sowas, also so Sachen reinbringen, ne, wenn man was, wenn man seinen Charakter so, ein bisschen, äh, paar Punkte geben, beziehungsweise holen möchte, oder ihn Charakter einbauen möchte, ne, deswegen weiß ich auch Charakterschaffung, ne, der Spielleiter kennt die Regeln, der kann das schneller, und der Spielleiter kann vor allem und darauf eingehen, was du spielst, ne, weil, naja, er sieht ja direkt, was er spielt, und er kann sogar direkt sagen, pass auf, hier, die Regeln funktionieren nicht, das geht gar nicht, ne, oder, ähm, das kannst du nicht machen, oder das kannst du sehr gut machen, oder pass auf, ich habe hier noch eine andere Idee, so, das wäre auch dann der Punkt 5, äh, der Feinschliff, wenn ihr jetzt den Charakter soweit fertig habt, ähm, redet mit dem Spielleiter, ne, sagt dem, ja, kann ich noch irgendwas machen, oder er wird vielleicht im Bestfall, und das ist das, was ich dann dem Spielleiter jetzt zum Beispiel als Tipp geben möchte, er feinert selber den Charakter noch so ein bisschen mit, macht ihm Vorschläge, aber entscheidet es nicht, sagt ihm zum Beispiel, ja, und du möchtest ja so gerne mit dem Bogen so viel schießen, bei unserem Legolas Charakter, ähm, hier ist noch so eine Fähigkeit, so eine Gabe, dann kannst du mit, mit den Bögen, kriegst du ein Würfel mehr, wenn du würfelst, zum Beispiel, oder so was, ne, dass man ihm halt Vorschläge macht, oder, ähm, ich würde noch reinmachen, damit er so ein bisschen lustiger ist, dass er Angst vor Wasser hat, zum Beispiel, ne, das sei, wie man so, Shadowrun kennt, Landratte ist, dass er nicht sehr gerne lange auf dem Wasser ist, wenn er auf dem Schiff sein müsste, oder sowas, so, 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 so Gimmicks reinmachen, damit der Spieler vielleicht auch ein bisschen was zum Arbeiten hat, im Game natürlich, was auch der Spieler natürlich, äh, der Spielleiter natürlich auch dann tut, weil er nutzt natürlich diese Nachteile meistens aus, ist ja auch der Sinn dabei, und, ja, dann habt ihr eigentlich soweit euren Charakter nämlich dann auch fertig, und, was ich eben bei den Spielleitern schon gesagt habe, schenkt dem Kleinen mal was, ne, Neulingen schenkt ihm was, gibt ihm irgendwas, worüber sie sich wirklich freuen können, wo sie auch sagen können, oh, das ist toll, ne, jetzt dem Legolas, es gibt ihnen einen Bogen, der vielleicht einen Schaden mehr macht, als andere Bögen, ne, damit einfach so, von wegen der ist, von einem speziellen Bogenmacher hergestellt, und der hat da ganz spezielle, äh, ganz spezielle, äh, Schnur, Schnurfe genommen, ne, oder so, oder dann ganz spezielles Holz, was vielleicht sogar ein bisschen magisch ist, ne, äh, ja, schenkt ihm was, das freut den Spieler, und, ähm, macht auch die Verbindung natürlich zwischen Spielleiter und Spielermesser, und, ja, wenn ihr als Spieler da natürlich jetzt entschieden hat, zum Beispiel, dass ihr direkt eine Runde dann anfangen, das heißt, alle anderen anderen Spieler sitzen da auch, lass die vielleicht eine Stunde später kommen, damit ihr den Charakter dann in Ruhe machen könnt, weil, es ist manchmal auch sehr schwer, vor allem für Neulinge, dass, wenn sie jetzt da mit vier Leuten in der Gruppe sitzt, oder mit drei Leuten in der Gruppe sitzen, und alle sind am Quatschen, und man möchte vielleicht selber mit quatschen, und man kann sich nicht auf die Erschaffung konzentrieren, ne, das sollte eine Sache zwischen Spielleiter und Spieler sein, und, äh, ja, das ist halt, bin ich persönlich sehr wichtig, damit auch, der Spielleiter weiß, was kommt da auf mich zu, ne, und, äh, der Spieler weiß, ah, okay, dass der Spielleiter weiß genau, was ich spiele, und da kommt mir vielleicht dann auch entgegen, und zu dem letzten Punkt, dann noch ein kleines extra, ihr als Spielleiter, das geht jetzt natürlich mehr an die Spielleiter als als Spieler, lasst dem Spieler die freie Wahl, was er spielt, ne, ähm, ich habe schon öfter erlebt, dass man, wie gesagt, ne, diese sogenannten One-Shot-Charaktere vorgelegt bekommt, und, die Spieler dann das halt das Potenzial von diesen Charakteren nicht nutzen können, weil sie einfach keine Ahnung von dem Charakter haben, beziehungsweise, wie man damit umgeht, lasst den Spieler, den Magier spielt, und in den Bogenschützen spielen, wenn er den Bogenschützen spielen will, auch wenn ihr vielleicht schon einen Bogenschützen im Team habt, ne, weil, ihr müsst Rücksicht als Spielleiter mehr auf die Spieler nehmen, als die Spieler auf euch als, äh, als, äh, als Spielleiter, denn die Spieler da, naja, ihr macht das Spiel, also, kümmert euch drum, dass der Spieler seine Position bekommt, oder halt, dann habt ihr halt zwei Bogenschützen im Team, das ist halt, ich finde es immer wieder ein bisschen schade, wenn dann der, Spieler irgendwo in etwas rein gequetscht wird, so von wegen, nee, du kannst keinen Bogenschützen spielen, weil, ich brauche einen Magier, dann sagt der Spieler schon so, ja toll, so ein Scheiß, aber auch, ne, deswegen, wie gesagt, äh, kommt dem Spielern gegen, oder, notfalls, wenn, wenn das dann in der Gruppe funktioniert, ähm, fragt den einen Spieler, der den anderen Bogenschützen dann spielt, ob der vielleicht nicht wechseln möchte, aber nicht den Neuling, ja, so, gut, ich habe gesagt, die Charaktererschaffung überspringen wir, denn, das würde ich, wenn dann in extra Videos packen wollen, wie gesagt, beziehungsweise wir, kommen wir eigentlich so gesehen zum Schlusswort, also, ich habe gemerkt, in meinen, wie gesagt, über 20 Jahren Erfahrung, dass der Charakter, also, vor allem für Neulinge, die Charakterschaffung und der erste Charakter, ähm, sehr viel ausmacht, ob man das Spiel überhaupt spielt, oder pen and paper Spieler wird, ne, weil, irgendwie der gefällt es einem, oder es gefällt einem nicht, dementsprechend ist das, einer der sehr, sehr, sehr wichtigen Sachen, finde ich, deswegen, achtet darauf, es ist egal, welches Spielsystem ihr spielt, und gibt euch die Mühe, als Spielleiter, dem Spieler wirklich, den Charakter dahin zu legen, der, was für den Charakter ist, ne, also, also für den Spieler ist, damit der Spieler daran Spaß hat, und damit der Spieler von dem Ehrgeiz hat, diesen Charakter auch im Leben zu erhalten, weil, in den meisten Rollenspielen geht es darum, dein Charakter muss überleben, ne, und, äh, wenn der Spieler keine Lust dazu hat, dann spielt er den auch so beschissen, ja, und das kann, vielen Spielern, die, die Lust darauf nehmen, weiter zu spielen, mir wurde selber mal, ich habe, äh, DSA gespielt, äh, eine Runde bis jetzt in meinem Leben, und habe nie, äh, eine zweite gespielt, weil, ich bin ganz ehrlich, der, der Spielleiter hat mir das erste Mal, DSA so kaputt gemacht, dass ich, naja, darauf keine Lust mehr hatte, aber ich habe auch bis jetzt keinen, DSA-Spieler, äh, Spielleiter mehr für mich gefunden, und, naja, gut, ich hoffe, dass diese, naja, Empfehlungen, sage ich jetzt mal, ne, das sind ja keine, wieder Vorschriften, sondern Empfehlungen, äh, äh, dass die euch weitergeholfen haben, auch für neue Spieler, die hast ihr mal so ein bisschen gehört hat, auf was ihr achten sollt, und, dass ihr, ein bisschen mit dem Spielleiter auch zusammenarbeitet, ne, damit ihr auch Spaß an dem Spiel habt, und an Pen & Paper findet, ob ihr, ob jetzt Pen & Paper was für die Neulinge ist, auch als Spielleiter, ne, als Spielleiter muss man natürlich auch so ein paar Sachen neu lernen, ob das Pen & Paper was für denjenigen ist, das merkt man dann immer noch beim Spielen, und ich habe auch, ich habe so viele Neulinge gehabt, ich habe gemerkt, wer, im Rollenspiel sehr gut liegt, äh, und manchen halt nicht, ich habe Leute gehabt, da denkst du bei dem einen, ah, das ist die, das ist der Rollenspieler, und der andere so, hm, ich glaube nicht, und dann hat sich das am Ende das Bild genau umgedreht, weil der eine auf einmal überhaupt nichts dazu kam, und die andere hatte total Spaß dran, und hat sich da voll reingewirkt, ähm, übrigens kann man natürlich die Regeln auch, dafür benutzen, wenn man als Spieler, der vielleicht schon, viel Zeit im DSA verbracht hat, auf einmal in Shadowrun umwechselt, oder in Vampire umwechseln, oder in Star Trek Rollenspiel umwechseln, oder sowas, so, so, auf einmal einen ganz anderen Sprung macht, in einem anderen Rollenspiel, da sind die Regeln genauso gut, beziehungsweise Regeln, sondern die Vorschläge genauso gut, ne, aber dann, naja, der Spieler hat dann schon ein bisschen mehr Erfahrung, und der wird schon wissen, woran nachher sich erkundigt, aber das wollte ich noch gesagt haben, ja, das ist auch vielleicht ein Anreiz dann für Spielleiter, ich, äh, würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr Fragen zu dem Video habt, äh, gerne unten in die Kommentare, äh, vielleicht machen wir dann nochmal ein Video dazu, was man ein bisschen nachfragen kann, oder ob ich nochmal was erklären soll, oder nicht, und, ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Pet&Paper, denkt dran, macht euch schöne Charaktere, dann habt ihr den größten Spaß, das macht am meisten aus, und, ja, dann, danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, und, ne, wenn euch der Kanal gefällt, schaut, macht man in anderen Sachen rein, der Kanal macht viel auch für Rollenspiel, und auch selber Geschichten und ähnliches, und, ja, danke fürs Zuschauen, und bis bald, tschau,